warte mal habe ich jetzt mal das ist ja aber das ist doch schon auf wahrscheinlich ist das meine taschenlampe ja weil die ist ja mega hell aufwerten tust du diese hier ja aber die ist ja auch vorher hier die ich habe bei dieser ist jetzt auch hell wie die man deine gegen die hautwand meine die kann die kopf oder das wäre jetzt die kopflampe nee die normale machen wir aus du stehst ein bisschen dichter dran aber ich habe meine doppelt aufgewertet ne weil es jetzt zum vergleich haben meine kopflampe ist auch hell endlich bis hier mal eine helle leuchte war brauche ich eigentlich die andere gar nicht meine kopflampe ist ja auch mega hell meine hat so ein bläuliches licht den und den und scheinwerfer zenon zenon bestimme den geistertypen für ein ritual des exils aus erreiche bei dem gesamten team null verstand ort da bist du aber im vorteil wir haben kein knicklicht mehr die uv lampe war das nicht auch mal eine andere nein das ist fasmo mit dem knicklicht jetzt ja aber war das hier nicht auch noch mal eine andere glaube nicht also mit dem null verstand da bist du mir natürlich im vorteil stoppe den geist mit einem kruzifix jedes teammitglied überlebt eine jagd in dem haus betäubt den geist während der jagd mit einem räucherwerk haben wir eigentlich das thermometer zum anhängen das wandthermometer naja das hängt glaube ich so ich nehme noch die kamera mit auch schöne blumen hier ja endlich mal ein bisschen früh aufstehen servus achso wir müssen ja noch den ausweis finden hier wird nicht geschlafen mehr ja man schrank strom ist an strom ist nicht an ich würde sagen ach so wir brauchen die sicherung ach mensch kacke da fehlt eine sicherung jasmin bei dir sowieso da ist mir aber die sicherung durchgebrannt mal ein bisschen leid an ihr dachte ach ja hier konnte man ja wieder nicht alles öffnen noch ein bomb bomb das ist ja schon wieder hier ich finde hier irgendwie ja nüscht nüscht findste ne nüscht da keine sicherung da geht auch nichts auf und 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 okay ich habe einen koffer der useless ist köpfe und köpfe ich sparge mein körper und den backofen aufgemacht ja hier ist ein feuerzeug im nachdings dir sei es genehmigt jetzt mir eine pizza in den ofen zu schieben er ist so kalt hier drin ich dachte wir wärmen damit ein bisschen die bude ich bin gerade so blöd die treppe hoch zu gehen habe ich gesehen ich bin dreimal gegen das geländer gelaufen ich habe die fuse ich mache gleich mal licht an mach das nö jetzt nicht mehr du hast mir gar nichts zu sagen so gottsprach es werde licht doch jasmin fand den schalter nicht so dann können wir gleich mal temperatur messen im keller haben wir sechs degrees noch einmal hier gucken vielleicht haben wir dunst oder orbs hier gar nix ich nehme einen schrank auf hier knackt kurz aber so ein schrank bei dem haus hier habe ich immer das gefühl dass der geist er oben ist als unten imf2 imf2 wo bist du ach nee wo bist du hast du eine tür aufgemacht ja hast du mich gemutet oder kannst du mal kurz hören hallo ich höre dich ok über discord wo bist du wo bist du kannst du mir ein zeichen geben kannst du mit mir sprechen ausweis hast du jetzt noch nicht gefunden hier habe ich noch nicht gefunden ich hab einen zettel ich habe auch schon das feuerzeug ich habe auch schon eins das sehr gut geht das war jetzt hat der magen geknurrt ich will gleich mein gott alter mein herz ich habe die ganze maus verzogen das habe ich voll vergessen das habe ich voll vergessen dass das passiert boah hier die hat was geschmissen oh mein gott und hier ist radio angemacht alter kacke okay wir haben drei grad hier drinnen oh mein gott ich habe das so verrafft dass das passiert meine güte ja hast dich eingepinkelt das hat die überhaupt geschmissen ich glaube gegenstände aber ich will da meine hand nicht für ins feuer legen halt die klappe hab ich noch mit das hier bist du hier in diesem raum kannst du mit mir über das ding sprechen hast du gerade eine tür aufgemacht rede mit mir über das diktiergerät ich glaube unten war was was ist das weiß nicht ich höre hier die ganze zeit irgendwas ich auch so eine richtig kretzende stimme aha äh unten da wo du warst äh wo der kamin ist ne da liegt einmal so ein bonbon für dich und und hier ist ein bilderrahmen runtergefallen hä ist jetzt überall oder was oder was hast du den ausweis schon ne ne leider nicht ich habe immer noch keine ahnung mit wem wir es zu tun haben ich auch nicht aber ich sehe jetzt auch auf anhieb nichts was wir noch weiter aufmachen können hm ich auch nicht ne ach mensch das ist ja krass die hat den strom auch wieder ausgeschaltet ich weiß ist mir gar nicht aufgefallen mhm so ein ausweis vielleicht hier im safe im keller unter der neben der wand da wieder ne da ist diesmal kein brett vor ja vielleicht woanders ne ich bin grad im keller ich guck grad krieg hier auch nix anderes auf nicht in ne schränke hm wo bist du? im keller na du doch nicht welche Tür fässt sie denn hier die ganze Zeit gib mir ein zeichen welche Tür fässt sie denn die ganze Zeit an da ist die da ist die irgendeiner hat sie doch zugemacht hä die war doch auf eben kann denn dieser ausweis noch liegen ah handabdruck im badezimmer an der Tür im badezimmer an der Tür oben? ja ach dein licht backt hier manchmal durch die decke ah hier ist bestimmt der ausweis dran deswegen dachte ich du bist unten oder? ne ist nur ne schublade doch hab ihn oh mit wem haben was zu tun ein moment ich muss erstmal looky looky machen looking for freedom untersuchen der name bla bla ähm jackson jones 18 Jahre jones oder jode jones jackson jones jackson jones ist es also hier ist denn der schublade ist doch schwarz hier gewesen hab ich nicht gesehen jackson jones jackson jones gib mir ein zeichen ja das fingerabdruck hast du ein bisschen besser bist du hier bist du hier drin ich würde die kamera erstmal hier platzieren pro forma pro forma oh ja gebildete aussprache passt nur nicht zu dir ey 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 hey ey jackson jones bin du im badezimmer glaube ich nicht hier sind 10 grad kannst du mit mir sprechen wo bist du gib mit mir ein zeichen kannst du mich hören oh oh gott oh ich hör ihn ja rammelt den türrahmen und wackelt dabei mit dem Kopf. Rammelt den Typ. Irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht, Jasmin. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Ich kann mich auch nicht raus eben. So, was fehlt uns denn noch jetzt an Arbeitsutensil? Wir haben den Bewegungsmelder noch nicht drin. Ein Kreuz für die Quest. Was fehlt denn noch? Die Geisterbox hast du nicht, ne? Du hast jetzt nur das Diktiergerät. Ja, ich gehe jetzt auch noch mal das Amos holen. Weil Fingerabdrücke haben wir ja. Brauche ich ja die Taschenlampe dafür nicht. Ja, du solltest vielleicht bei Gelegenheit auch noch mal Sanity nehmen. Die Kreuz-Quest können wir ja immer noch machen, wenn wir wissen, wer es ist. Also mit was wir es hier zu tun haben, Jasmin. Ich habe doch noch 62. Reicht doch noch, oder nicht? Jackson Jones, kannst du mit mir reden? Jackson Jones, kannst du mit mir reden? Du hast gesagt, du hörst mich. Ich habe die Push-Talk-Taste, ist auf einer anderen Taste bei mir. Ja. Ja. Jackson, bist du hier? Nein. Keine Antwort. Aber neben Anwar-Aktivität... Jackson, bist du hier? Immer noch keine Antwort. Jackson, bildest du dich gerade bei Ubel weiter? Bei was? Bei Ubel. Bei Ubel. Ja, ja, er hat Ubel aufgemacht. Vielleicht will er gucken, wie wir bewertet werden im Internet, weißt du? Ähm... Ach ja, diese komische Dings ist es ja hier anscheinend auch nicht. Ziemlich... Mann, keine Ahnung. Hm, Temperatur 7, Temperatur 3. Ich glaube, da, wo das Radio an war, da haben wir die größten Erfolgschancen, wenn wir Beweise sammeln wollen. Ich schleppe mal den Klimbims da rüber, ne? A. Okay, wo wollen wir die Kamera platzieren, damit wir eine bestmögliche... Wie war das nochmal mit ranmachen an der Wand? F. Oh, hier heult irgendwo einer. Eine, ja? Ein, nee. Ein, nee? Aber wo? Ich höre gar nichts. Jetzt ist es weg. Warum machst du das Radio nicht aus? Ich dachte, es kommt vielleicht was Interessantes in den Nachrichten. Äh, irgendwo schwebt jetzt was. Äh, hier ist noch was drinne. Unter uns, glaube ich. Hier ist noch irgendwas drinne. Äh, Sicherung. Eine Sicherung. Ja, ja. Hä? Okay, hier ist immer noch nur der eine Bilderrahmen. Also hier unten war es doch nicht. Ist auch noch alles ordentlich. Mittagessen ist auch nicht angerührt. Hm. Das ist ja skurril. Hm. Jackson, kannst du mit mir reden? Jackson. Jacky. Klack. Jackson. Musst du nicht auf V drücken, wenn du mit ihm redest? Mach ich doch. So. Okay. Okay. Bewegungsmelder zählt noch nicht. Gebriertemperaturen haben wir auch nicht. Hm. Wir haben im Infrarotgitter nichts zu sehen. Möglicherweise auf Kamera. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Aha. Aber doch nicht so eins. Er stand genau vor mir, Alter. Hier in der Ecke. Weißt du, Yasmin, dir kann man nix recht machen, ne? Erst willst du ein Zeichen haben und jetzt beschwerst du dich. Alter, er stand da direkt in der Ecke. Und er war, sah aus wie verbrannt. Okay, also bis jetzt haben wir nur die Fingerabdrücke, sagst du? Ja. Boah. Ähm. Bei Karimbe hab ich mich erschreckt. Wie hat man nochmal das Buch geöffnet? Einfach hinschmeißen. Mit G. Nein, das Buch geöffnet. Ja. Um Beweise einzutragen. Ach so. Ähm. EMF 2. Ja, danke für deine Hilfe. Also ich bin auch sehr froh, dass du mit mir redest. Auf E vielleicht? Nee, auf N. N. Okay, äh, so. EMF 2. Nein! Ich hab hier ne rote Lampe. Scheiße. Scheiße, so ein W... Mann! Ich hab extra mein Kreuz. Die Sau hat extra gewartet, bis ich mein Kreuz weglege. Jasmin? Ich bin tot. Die Tür war zu. Ja, er hat gehandelt. Ich habe die ganze Zeit... Jasmin? Ist alles okay? Ich bin im Haus. Ey, geil, ich kann im Haus bleiben. Ich zuck noch. Guck mal, ich leb doch noch. Ich habe... Jasmin? Das... Oh, ich rede mit dir. Hörst du mich nicht? Das ist ja faszinierend. Hörst du mich nicht? Schläfst du? Kann ich auch rausgehen. Nein, bleib drin. Ich habe die ganze Zeit geguckt. Dann dachte ich, jetzt packst du einmal das Thermometer, was an der Wand kommt, um. Und in dem Augenblick, wo ich das Kreuz weggemacht habe, hat der schon angefangen. Ich versuchte, das Kreuz wiederzunehmen. Und dann hat er mich gekillt, die Sau. Jackson, schreib ins Buch. Vielleicht eine Zuckung habe ich noch. Ich weiß jetzt gar nicht, zählt der Bewegungsmittel? Wir haben ja unten im Wagen auch so ein Lämpchen, ne? Äh, im Zelt, meine ich. Und zwar an diesem Monitor, wo unsere Sanity steht. Deine ist übrigens auf Null. Ja, ich bin ja auch tot. Und da ist so eine grüne Lampe und die hat rot geleuchtet. Leuchtet die denn nur rot, wenn der jagt? Oder kann man da den Bewegungsmelder auch von ableiten? Der hat auch ein grünes und rotes Licht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Sau mich gekillt. Hm. Ich habe ihn jetzt gefragt, ob er mein Buch schreiben kann. Ja, hat er. Der hat schon reingeschrieben? Ja. Reingemalt, eher gesagt. Oh, das ist bestimmt ein Meisterwerk. Naja, sieht nicht so freundlich aus. Äh, Geisternotiz. Als du IMF hattest vorhin, ne? Welche? Ach, das ist nur unser Robby. Wieso fährt unser Robby hier rum? Äh, und Spuren, das. Also einen brauchen wir noch. Ach, der holt deine Sachen aus dem Haus. Ist ja nett. Nett. Nö, das ist doch gnädig. Äh, verlierst du nix. Die Tür ist da auf. Ach so, ja, weil ich ja... Also IMF hattest du eins, sagst du. Der Bewegungsmelder geht hier viral. Das bin ich. Na. Äh. Ist doch schön, dass... Ich finde, er hat dich ganz gut getroffen, ne? Warst du das mit dem Radio auch? Äh, irgendwo kommt der. Ich weiß noch nicht, wo. Ne, der geht die Treppe runter, weil er doof ist. Ne, er kommt hoch. Er kommt zu dir. Ja, er kommt zu mir. Aber es ist nur IMF hier. War ich hier mal im Kreuz. Mhm, am Arsch. Mein Kreuz ist weg. Ist deins noch über oder ist das verbrannt? Na. Keine Ahnung. Es hat mir nicht geholfen. Definitiv nicht. Äh. Kann ich deine nutzlose Leiche hier nicht zur Seite schieben, um zu gucken, ob da ein Kreuz drunter liegt? Oh Gott, Robby! Bist du doof oder was? Hab ich mich erschrocken. Vielleicht hat er dein Kreuz auch schon reingebracht. Hier ist auf jeden Fall die Taschenlampe. Na, mein Kreuz wird definitiv kaputt gegangen sein und... Ist ja ne Bucht, dass der jetzt schon gehandelt hat, ne? Okay, ah, okay, hier liegt noch ein Kreuz. Alles cool. Ich hab nur noch 50% Sanity. Wieso liegt da ein Kreuz? Dann hat mein Kreuz nichts gebracht, oder was? Weiß ich nicht. Das scheint er wieder zurückgepackt zu haben. Wenn's deins ist. Aber cool, dass ich rein und raus gehen kann jetzt. Das haben sie neu gemacht. Das ging ja vorher nicht, ne? Weißt du, was ich lustig finde? Wir haben die Quest erfüllt. Jedes Teammitglied überlebt eine Jagd im Haus. Ich find's toll, dass wir die Quest geschafft haben. Ich frag mich nur, wo dein Einsatz dabei war. Aha, ich liege da. Ja, eben. Und zwei Beweise haben wir schon. Einer fehlt noch. Ja, was haben wir denn? Also wir hätten jetzt den Piru und den Ubarake schon mal zur Auswahl, sag ich mal. Piru. Da hätten wir noch... In der Orps hab ich jetzt nicht gesehen. Aber der IMF piept ja auch. Aber immer nur bei... Drei, vier so. Und der Infrarot-Bewegungsmelder. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du den die ganze Zeit triggerst. Oder ob der auch von ihm getriggert wird. Da bin ich grad gar nicht durchgegangen. Du bist nicht in dem Raum? Nö, ich bin davor. Ich steh da gar nicht. Okay, dann würd ich sagen, ich trag die mal ein. Was packst du ein? Äh, den Ubarake. Also die Laser-Projektion. Äh, nee, Quatsch. Den Infrarot-Bewegungsmelder mein ich. Sicher? Naja. Ja, ich bin nicht durchgegangen. Der geht auf jeden Fall die ganze Zeit an. Aber muss der nicht rot sein? Ja, ist eine gute Frage. Aber ich seh auf jeden Fall keine Orbs. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Wenn der grün ist, zählt das nicht. Der zählt erst, wenn er rot ist. Eigentlich schon. Aber ich hab halt keine Orbs. Ja, das hatten wir letztes Mal. Aber genau das gleiche. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Nochmal Geisterbox versuchen oder so. Es gibt aber, es gibt, nee, es gibt nur die zwei Optionen. Entweder Geister-Orbs oder Infrarot-Bewegungsmelder. Und Orbs hab ich halt bisher noch gar nicht gesehen. Vielleicht mit der Kamera nochmal einmal hier in den Flur gucken wegen Orbs. Weil der stand ja auch, kommt ja auch viel hier von der Treppe. Ja, warte, ich nehme nochmal eine zweite Kamera mit. Einmal durchs Haus gucken vielleicht. Ja, wir gehen nochmal durch. Wir investigieren hier noch einmal. Jetzt kannst du natürlich das nicht sehen, ne, meine Cam? Falls ich was übersehe. Äh, doch, wenn ich jetzt hier... Warte mal. Wir haben doch noch... Ach nee, haha. Ich dachte, ich könnte hier weiterklicken. Geht nicht. Scheiße. Okay, Tür. Treppe. Knatsch. Egon! Egon. Oh, Orbs. Das ist ja faszinierend. So. Ah, sag ich doch. Im Flur ist ein Orb. Hallo, du kleiner Orb. Na? Na. Was machst du denn hier so ganz allein? Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Ich nehme den... Hab ich doch gesagt. So wie letzt... Ja. So wie letztes Mal. Das war ja auch meine erste Wahl, ne? Waren ja die Geister... Ich trau dir bei diesem blöden Infrarot-Ding nicht mehr. Du hast schon so oft gesagt, das ist Infrarot und immer ist es falsch. Das waren... Ja, ich wollte dir jetzt nichts Schlechtes unterstellen oder sowas. Ja, ja, komm. Welche... Ich mach wieder ruhig. Das wäre das heilige Ritual von Dero. Jetzt muss ich das auch noch alleine machen, weil du dich wieder schlafen gelegt hast, so fauler Hund. Mhm. Also das heilige Ritual von Dero. Oh Gott, jetzt muss ich ja alles... Ich komm mal mit rein, vielleicht geh ich ja auch irgendwie weg. Ich muss ja alles selber jetzt reinschleppen. Achte auf deine Sanity, ne? Ja, ich brauch drei Kerzen, ein Schädel. Ich kann ja die... Ich kann ja das Ritual, kann ich ja gleich unten machen, ne? Okay, drei Kerzen, ein Schädel. Eins, zwei, drei. Boah, die Mülltüte sieht aber dreckig aus. Die haben sie, glaub ich, nochmal genommen, ey. Äh... Inventar. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Heinigen wir hier. Heinigen. Ein Schädel. Die Sprühfarbe. Äh, welchen Zirkel brauch ich denn? Zirkel. Annabirond. Ne, warte. Falsche, falsche, falsche Dings, falsche Dings. Ahmet. Ahmet Zirkel. Das kriegen wir hin. Äh... Oh, ich muss erst das Ritual auswählen. Rappenkreuz, alles cool, mein Buch ist weg. Da. Was ist das für ein Geräusch? Hast du mal gemerkt, der Hubschrauber war gar nicht da, ne? Oder? Stimmt. Okay. Okay, ja. Können wir die Sprühdose hier hinschmeißen? Okay. Dann wollen wir mal. Ah, da ist er schon gewesen. Hast du ihn gesehen? Nein. Wo? Ich... Genau vor dem Zirkel stand er gerade. Äh, ziemlich unverschämt. Neben der Kamode. Kamode? Oh mein Gott, eine Kamode. Wie hieß der nochmal? Jackson. Jones, glaube ich. Nee, Jonas Jackson. Ich hab ja nix mehr. James Jackson. Kacke, der Ausweis liegt oben. Ah, verflucht, Jasmin. Ausweis. Äh, sein Name ist Jackson Jones. Ah, so rum war das. Hab ich doch gesagt. Jackson Jones. Oder? Hätte ich das nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Hab dir nicht ganz zugehört. Mhm. Jackson Jones. Bebe vor Angst. Wenn der Name Christus gerufen wird. Boah, links hab ich was gesehen. In dessen Anblick die Hölle erzittert. Da hat er was geschmissen hier. Äh. Ah, er hat die Kerze ausgemacht. Da. Jackson Jones. Ey, Boy, kannst du mal mal in den Zirkel ruhen? Ich versuche, hier zu arbeiten. Geh raus, du Dämon. Äh, ja, hinter dir. Schließen, 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 schließen. Geschafft. So, das war ja easy. Oh. Ey, der kauft mir ein neues Feuerzeug, Benzin. Das sag ich dir. Um die Feinde der Kirche zu zerstören. Um die Feinde der Kirche zu zerstören. Siehst du selbst, sie kennt Kirche nicht. Wir beten damit, du uns erhörst. Raus aus dem Geist aller Unreinheit. Hast du den nicht gesehen? Nein, ich guck grad ins Buch. Ich steh, ich steh in den Flammen. Mh, brenne Jasmin und geh in die Hölle zurück. Äh, ich mein Jackson, Jackson Jones. Jackson Jones, geh in die Hölle zurück. So, der Job wäre erledigt. Tür zu. Warte mal, haben wir eine Kamera? Ich kann noch ein bisschen Money machen, ne? Haben wir noch eine Kamera? Bruder Reut oder irgendwas? Oh, die Spiegelreflexkamera von Olympic. Habt ihr voll oft gesehen, wenn du da was gemacht hast. Ja, ich konnte leider nichts sehen, weil ich was gemacht hab. Ich musste ins Buch gucken. So, warte mal. Wo ist denn dein fauler Kadaver? Ja, Fräulein. So, hier. Nochmal die schöne Zeichnung. Das bin ich. Das ist Jackson. Das bist du. Gib kein Geld für den Zirkel. Wie viel, Bob, war das nicht gut, das Foto? Gib kein, hab ich doch letztes Mal auch kein Geld gekriegt. Aber für das Buch, also, weiß ich nicht, ob es da Geld gibt, aber es ist halt notiert hier. Das sind erstklassige Bilder. Guck mal, bei dir ist nicht mal eine Beschreibung dabei. Und beim Zirkel auch nicht. Oh, hab ich doch gerade gesagt, ey, Alter, will ich nicht verarschen. Nein, nicht, dass es kein Geld gibt, sondern wegen der Beschreibung. Ja, hab ich doch gesagt, das steht sogar bei dem Buch was. Bei den anderen nicht. Ach so, so hab ich das nicht interpretiert, was du gesagt hast. Ja, ich guck mir noch mal das Foto von Nummer 4 an. Ist auch useless. Ja gut, dass ich für ein Foto von dir auf fauler Haut kein Geld kriege, das war ja klar, ne? Ein gewohntes Bild, da zahlt auch keiner mehr für. Was? Was? Mhm. So, ach so, wir hätten noch das Räucherwerk machen können. Haben wir Räucherstäbchen fürs nächste Mal? Ja. Ja, gut, nächstes Mal, nächstes Mal. So, auf jeden Fall haben wir den richtigen Geist ermittelt, denn wir konnten ja den Exorzismus durchführen. Oh. Was war das, Jasmin? Dein Handy ist runtergefallen. Geister? Ja. So, es war ein Piru. Ja, das war soweit richtig. Ach so, ich hab zwei eingesammelt. Von was hab ich denn zwei eingesammelt? Die Bonbons? Nee, dieses Runde. Hm. Ja. Wie. Von was. Du.